So, dann würde ich sagen, nächste Runde. Ach, und CO2, das eine ist Bewegungssensor, das andere ist ein Audiosensor und Infrarot-Licht-Sensor. Dann kann man noch ein Crucifix, okay, okay, denn ich habe nicht mehr genug Geld von der Versicherung bekommen für alles. Ähm, warte, Crucifix? Ne, wir haben eins, wir haben eins. Ah, okay. Ein Thermometer fehlt noch. Ein Zufügen, Thermometer, ist dabei. Okay. Erster. Boah, ich sehe gerade, meine Brille blendet hier übrigens. Äh, oh lol. Ich frage mich jetzt gerade, warum seid ihr beide gestorben seid, wenn wir auf Anfänger spielen. So, na, hallo. Äh, ich brauche irgendwie Smug-Sex-Thermometer-Geister-Leveland. Äh, CO2? Du hostest doch gerade. Nein. Wer hat mich hostet? Du hostet. Dann musst du mal gucken, weil wir spielen gerade auf Anfänger. Äh, die Map der Vorder-Medium. Okay. Naja, ich habe, ähm, Quatschbox und Fotoapparat. Thermometer. Videokamera, äh, EMF. Also, Smug-Sex-Thermometer, Geist-Leveland-Gruppen. Ich gehe hoch. Geist du wie immer? Jo. Gibt es überhaupt einen oben? Nein, keine. Wir haben ein Loch, hier ist EMF-3. Ja, aber das hat nie was zu sagen, Tim. Nein. Bist du hier? Ja, ist hier im Bad, ist hier im Bad, ist hier im Bad. Der hat gesagt, Tür schließen. Ja, aber das ist 16 Grad. Der hat gesagt, Tür schließen. Ich habe ja mal 16 Grad. Bist du hier? Ne, ist nur im Bad, wo er das gemacht hat bei mir. Bist du da? Auch nicht in den Zimmern daneben, es ist das Bad. Gut, also wir haben Talkbox. 5 EMF. Wir haben auf jeden Fall Talkbox. Und 5 EMF. Aber dann spät die Temperatur. Dann brauchen wir jetzt Riding oder Ops. Geisterbox. Da. Bist du irgendwie ein Gin oder ein O, die wir Riding oder Ops brauchen? Ich springe eine Kamera mit. Ich habe schon eine. Dann stellen wir aber noch einen im Flur auf am besten. Die Fingerbrücken kann's nicht sein. derjenige da reingeht kann ja dann mal das licht ausmachen und wir haben noch kein raum unter zehn grad das ist noch nicht abgeschlossen das ziel licht aus erkennt man nix man erkennt nix im bad das ist irgendwie zu hell da ist uns die außenlichter ich habe fotoapparat dabei ja im flur habe ich auch eine kamera im flur habe ich auch eine kamera aufgebaut aber hier sehe ich keinen orb und nix das ziel müsste jetzt aber erfüllt sein mit unter 10 äh ich gehe nochmal rein die zweite kamera anschalten ich habe wieder vergessen anzumachen schaut mal ob die im bad an ist wir haben geisterbuch hat eigentlich schon jemand den knochen gefunden wir haben ohne äh nein ich weiß gerade sowieso nicht wo es rauf geht eigentlich wo bist du hoch gekommen äh hier gibt es gar kein oben also knochen wo ist der denn karten ist im keller ja ja guck mal nochmal auf dem breit falls es da sein könnte das switcher bot genau es gibt auch punkte wenn man es fotografiert hab's ich habe ein foto gemacht der hat gerade das bete runtergeworfen achso das war eigentlich gelaufen der hat gerade da wo du gerade stehst der hat das bete runtergefallen ich habe mitbekommen so ja feld 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 hunt me bloody mary bloody mary das foto musste sein er hat gerade eben ein foto das war ich weil ihr so ganz merkwürdig ineinander steht ich hole gleich die stadt ich hole gleich die harten trigger-wörter raus mach doch ach wir müssen auch ausräuchern ja ich warte eigentlich nur darauf ja da dann musst du mal weiter reingehen und was sagen dafür habe ich hier irgendwie war mir das klar dass du das hast du nicht ich war das nicht ich kann die tür von hier nicht mehr aktivieren genau das machst du sowas arsch alter Warum schiebst du die ganze Zeit Fotos? Was denken? Also, ich dachte, das wäre schon wieder heikerekt. Ey, immer ich? Was hast du mit mir, Darko? Ich werde auch immer nur von dir bescheulich und zwar bei allem. Du bist ja auch immer gerade schuld. Bloody Mary. Crap. Panic. Scare. Run. Shit. Show me. Bloody Mary. Okay. Ja. Wie heißt unser Geist? Arschloch. Arschloch. Daniel Martin. Daniel Martin. Daniel Martin. Oder Daniel Martin. Daniel, Daniel, Daniel. 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 Bloody Mary. Ich kann das am Grunde fixen, dass er sich nicht mehr zahlt. Hand, kill, hide. Da, Richtung der Ecke. Ich schalte gerade Herzschlag. Ich schalte die gleiche Zeit, wärme ihn aus, glaube ich. Nee, nur Interactions. Hab ich gesehen, schade. Ja, war auch ein neuner Ausschlag gerade. Ich schalte die gleiche Zeit, aber es ist eine andere Zeit. Ich schalte mich, schade mich. Ich schalte 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 mich. Dann geht doch mal weiter rein. Vielleicht zeigt er sich's Dank wieder. Der müsste gerade so getriggert sein, der würde mich instant killen. Ja, das war ich jetzt. Ja, und dafür leider. Warum? Warum nicht? Weil das Wokitalki auf große Entfernung auch leiser wird, komischerweise. Ich stehe neben dir. Wir haben ihn. Die Gatscha. Wir müssen aber noch mit Räucherstäbchen ausräuchern. Ach so. Und das habe ich gerade gemacht. Wir haben alles erledigt. Ja. Hier wird ohne eingetragen, hoffe ich, oder? Ja. Ja. Dann Pech, Jörg. Nein, du hast es eingetragen, oder? Nö. Ich warte jetzt. Ich warte jetzt. Ich muss die Folge in die Länge ziehen. Fahr weiter. Ich habe es schon eingetragen. Du kannst gerne noch mal reingehen und sterben. Ja. Okay, dann rein da. Ich habe am wenigsten... Ne. Doch. Ich habe am wenigsten Sanity. Ich war so öfters drin als du. Das Wechsel zwischen Türschwelle und ein Meter reingehen zählt nicht als drin sein. Meines Erachtens. Doch.